Herzlich willkommen zurück zum Prime-League Bootcamp. Wir sind wieder am Start für euch. Eben gerade ein sehr interessantes Segment. Ich muss sagen, ich bin großer Fan aktuell von diesen kleinen Interview-Dingen. Deswegen habe ich mir gedacht, hol ich mir einfach noch jemanden, mit dem ich reden kann. Mositing ist wieder am Start. Aber natürlich nicht einfach so. Ihr werdet gleich, du und Albi, ein klein wenig über Gold-Effizienz reden. Gold generell, wie sollte man es am besten nutzen? Items wahrscheinlich. Was werdet ihr uns gleich vorstellen? Wir sprechen auch vor allen Dingen über richtige Resets. Also wie wichtig zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einem Reset auf einem BF oder auf einer Pickaxe für einen ADC. Oder auch so erste Item-Power Spikes wie Imperial Mandate zum Beispiel. Oder Albi's Expertise liegt ja bei den Jungle-Items. Goldrinker auf Olaf. Ganz starke Power Spikes. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auch für euch. Das ist eine Sache, die nicht nur bei E-Sportlern wichtig wird, sondern generell, wenn man sich einfach damit besser auskennen möchte, wie man die richtigen Backports findet, wie man vor allen Dingen auch effizienter arbeitet. Das ist an der Stelle sehr, sehr richtig und wichtig. Und wenn Albi da ist, dann kann er auch gerne herkommen, weil dann tausche ich einfach. Dann gehe ich einfach raus, Albi kommt rein. Ist ein Werther Trade, würde ich sagen. Und ich gucke jetzt, dass mein Backport-Timing richtig ist, verschwinde und überlasse euch die Bühne. Viel Spaß. Albi, kannst reinkommen. Perfekt. Wir können auch direkt, denke ich mal, anfangen. Also wenn ich das Ganze von der Wichtigkeit her aufdröseln würde, Early Game ist immer wichtig, vor allen Dingen für so Jungle wie Hekarim, dass man ein gutes Backtiming findet. Also beschreib einfach mal. Also es gibt unterschiedliche Items, Trinity Force oder Gordrinker. Bei Gordrinker hat man das Item Iron Spike Whip. Kostet aktuell 1200 Gold. Ist ziemlich goldeffizient, bringt dir ziemlich viel Damage mit für die 1200 Gold. Plus du hast halt so eine ähnliche Passive wie Tiamat, wo du den AOE Damage bekommst und dann auch nochmal ziemlich gut das Raptoren Camp zum Beispiel clearn kannst. In Comparison hast du da zum Beispiel Phage für 1100 Gold, was ich nicht so cool finde. Es kostet 100 Gold weniger. Dafür hast du da nicht den AOE Damage und ich finde auch generell ein bisschen weniger Damage. Wenn du da nur 100 Gold zahlen musst, würde ich immer Iron Spike Whip mitnehmen, weil du da einfach dann auch nochmal einen schnelleren clear hast mit der Tiamat Passive. Genau. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt für die Solo Lanes mal schauen, vor allem für Mages, ist es unglaublich wichtig, dass man da schon auf diese Mana-Quelle zurückgreifen kann. Kostet gerade mal 1200 Gold, oder? Ja. Also vor allen Dingen da einfach, um nicht out of Mana zu gehen, die Waves immer wieder raus zu pushen und dann auf den nächsten Base für den Loons zu gehen. Wie sieht es da aus mit Unterschied zwischen Mythic Items und Legendary Items jetzt gerade? Über welche zwei Items, welche schweben die denn im Kopf genau? Also zum Beispiel als Vergleich. Wir haben ja auf Botlane gerade so einen kleinen Trend, dass man Imperial Mandate geht, unter anderem auf Janna. Ist ein unglaublich starker Power Spike. Man hat Anfang an schon einen heftigen Damage, also im Vergleich zu anderen. Wie sieht es beim Jungle da aus? Beim Jungle, was du da hast, was ziemlich Effizient ist, es hänkelt immer davon ab, welche Champions spielst du gerade eigentlich. Bei Kayn zum Beispiel ist eben Guardrinker sehr stark, synergiert auch sehr gut mit seinem Kit. Guardrinker gibt dir den AOE-Damage, es gibt dir das Healing, nochmal auch auf der Active das Healing. Auf Champions wie Hekrim zum Beispiel kann man sich für das Trinity Force entscheiden. Kostet natürlich ziemlich viel Gold, aber das ist der ältere Bild. Genau, funktioniert halt sehr gut mit seinem Kit. Als Antwort gegen Tanks zum Beispiel, was du da nehmen kannst, ist Divine Sundera. Je nachdem, wenn du gegen zwei, drei Tanki Champions spielst, würde ich da immer Divine Sundera gehen. Das ist ein ziemlich effizientes Item. Wie schaut es denn bei dir mit Botlane aus? Da gibt es ja immer die Thematik zwischen BF-Sword oder Pickaxe. Was würdest du da den Zuschauern empfehlen? Also die meisten Champions profitieren unglaublich davon, wenn sie eher ein BF-Reset haben. Liegt einfach daran, vor allen Dingen, also Crit-ADCs sind jetzt eher nicht so gut, aber vor allen Dingen bei Jyn, verändert sich super viel vom Wave Clear. Generell hat Jyn Early eigentlich so gut wie immer Pryo. Und du musst dir sicher sein, wenn du so ein BF hast, anstatt so ein Pickaxe oder halt nur dieses Kaul, dass manchmal kriegst du einfach nicht genug Damage, um für ein Execute zu gehen. Und das kann also im schlimmsten Fall einfach ein Kill bedeuten. Eine ziemlich interessante Thematik ist bei Mages. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Jungler nehmen, bekannt ist da zum Beispiel Evelynn als Mage-Jungler. Was man da immer sehr gerne macht beim First Recall, ist man kauft sich AP-Buch, die AP plus nochmal einen Dark Seal für nur 350 Gold. Das ist ein ziemlich effizientes Item, vor allem das neu gechangete Dark Seal. Wenn man da einen Gang rausbekommt, bekommt man schon mal direkt ein paar Stacks, die sehr effizient sind für nur 350 Gold. den Damage, den man dann da bekommt. Je nachdem, wie viele Stacks du dann hast. Wenn du da zum Beispiel schon 5, 6 Stacks hast und du noch mehr Kills bekommen kannst, dann ist es immer ziemlich nice, nochmal Dark Seal in den Majais auszubauen. Dann kannst du einfach noch viel stärker snowballen. Wo du es jetzt auch gerade ansprichst, also vor allem Champions auch wie Lucian haben sehr oft davon profitiert. Auf einem Base, besonders Early First Base, man holt sich einen Fairy Charm. Also sowas bedeutet einfach, man kriegt nochmal extra 2, 3 Cues während der Laning Phase raus, bevor man nochmal basen muss. Und so welche Champions können noch ab und zu sehr abhängig davon sein, ob man eine Honey Plant im River bekommt. Aber meistens ist es so, wenn der Gegner so einen Early Jungler spielt, wie Elise oder auch wie Olaf, da kann man nicht einfach so in den River reinmoven. Und du hast nicht jedes Game diese Luxury, dass du in den River gehen kannst und so einen Honey Plant auch holen kannst. Zu diesem Thema Ressourcen, was mir da einfällt, ist Monomune. Es gibt ja jetzt viele Champions, die ziemlich starke Mana-Probleme haben. Was mir da auch jetzt wieder in den Kopf kommen würde, ist Cain. Monomune, was ich gesehen habe bei manchen Cain-Spielern, die holen sich gern Tier, stacken ihre Mana hoch und bauen das Item dann im Nachhinein auch nochmal in Mana-Mune aus. Sehr viel Mana, sehr viel Damage, funktioniert sehr gut. Trade-off ist dann natürlich, hey, okay, wir haben ein schwächeres Early Game. Wenn du dir so ein Tier holst, hast du natürlich keine Combat-Stats. Du hast da nur Mana, musst du dann immer je nachdem von Game zu Game immer individuell anpassen. Ganz genau. Und dann sind da natürlich noch so Items, die ein Teamfight komplett changen können. Bestes Beispiel wäre hier Rabadons. Da kann man auch gut und gerne sich entscheiden, okay, wir fighten einfach das nächste Objective nicht, wir droppen das, wir gehen da nicht hin. Letzte Team-Komm zum Beispiel war so ein bisschen, wenn sie hier einen sehr guten Base haben, dann sollten sie den Teamfight nicht forcen, also von der Blue Side, da mit Victor und mit Six, wenn die beide auf Ludens Back sind, dann fightet man da nicht, sondern man nimmt einfach den Reset. Mehr Gold, höhere Wahrscheinlichkeit, die nächsten Teamfight zu gewinnen. Frage an dich, was bestimmt auch für die Zuschauer interessant ist. Viele wissen ja gar nicht, hey, okay, wann sollte ich mir mein Rabadons holen? Das wurde, du bekommst ja ziemlich viel AP, ich denke, ich schätze 120 AP ist das aktuell auf einen neuen Patch und du kriegst prozentual 35 Prozent AP. Sollte ich mir das Item jetzt im Early Game holen? Sollte ich mir das im Late Game holen? Wann macht das denn am besten Sinn? Also die meisten Champions haben ja so ein Core-Build und generell ist vorher immer wichtiger, dass man einen guten Mana-Pool hat und da gut haushalten kann. Und daher ist eigentlich immer vorher Ludens oder die Mana-Quelle ist viel, viel wichtiger und dieses Item sollte man erst als drittes Item considern. Auch vor allen Dingen Lichbane ist ein Core-Build für Viktor. Einfach, du hast deutlich mehr Damage und erst alles, was danach ist, du kriegst dadurch eine bessere Skalierung und nimmst viel mehr die 35 Prozent mit. Genau. Wenn du dir dein Mythic-Item kaufst, bekommst du AP, dann hast du zum Beispiel schon 100, 200 AP, dann kombinierst du das mit Rabadons, nochmal die 35 Prozent on top, ist da immer ziemlich lecker. Genau. Sonst würde ich sagen, glaube ich, war es soweit, hast du vielleicht zu Support-Items noch etwas? Hast du dir die Items schon angesehen? Also als Tipp kann ich hier nur geben, jetzt gerade, wenn du einen Champion spielst, der sehr oft reingeht, sehr oft dafür sorgt, du willst schnelle Fights haben. Das geht unter anderem, also selbst mit Jena, wenn du gegen Melee spielst, da ist es ja super krass, wenn du sowas hast wie Imperial Mandate. Ansonsten vorher, auch Shurelia ist ein super starkes Item, kann man sich immer überlegen, ob man das noch mitnimmt. Zum Beispiel auf Rakan macht es einfach mehr Sinn, wenn du das ganze Team mit reinholen kannst. Locket of the Iron Solari finde ich auch ziemlich stark, je nachdem, natürlich gegen was für eine Comp du bist, kann ich mir sehr gut vorstellen, gegen Comp wie Kartus, wo eben viel AOE-Damage ist, Kartus oder einen Seeks oder eine Brand-Ulti, dann Locket of the Iron Solari für das Gold ist schon ziemlich, ziemlich effizient, kann ich den Supportern unter euch nur empfehlen. Genau. Ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon soweit zu den Items. Falls ihr im Twitch-Chat noch ein paar Ideen habt zu Item-Kombos, könnt ihr uns das gerne reinschreiben. Genau. Und auch gerne Fragen. Stellt sie ruhig, wir werden euch das so gut wie möglich beantworten. Möglicherweise da. Dafür bin ich eigentlich hier, also jetzt nicht da, jetzt hier bin ich. Im Casterdesk. Ist ein bisschen anders, weil wir müssen ja den Abstand zueinander wahren. Und ich glaube, eine Frage, die sich viele Leak-Spieler schon gestellt haben, ist, ab wie viel Gold lohnt es sich zu warten? Weil häufig ist es so, man wird vielleicht auch mal früher in die Base geforst, man hat vielleicht noch nicht ganzes Gold, was man fürs nächste Item braucht. Sollte ich mir lieber irgendein Teil-Item holen? Sollte ich für 100 Gold warten? Was ist da so? Gibt es da eine gute alte Regel, die ihr uns vielleicht sagen könnt? Also wenn man die Möglichkeit hat, ein Item zu verkaufen, wie zum Beispiel, was sehr kosteffizient ist, wie Fairy Charm oder das Bean. Oder du kannst zum Beispiel Refillable Potions sellen und kommst damit noch gerade so hin, dann ist es gut. Ansonsten, du darfst eigentlich niemals länger als 20 Sekunden in der Base verbringen, weil alles andere ist nicht mehr förderlich. In der Zwischenzeit verlierst du irgendwo auf der Map-Ressourcen und meistens wird dein Team sogar gelimitiert für ein nächstes Objektiv zu spielen. Hängt natürlich auch ab, um welches Item reden wir. Wenn wir jetzt bei Hackerim reden, für 300 Gold zu einem Dagger, hast du ein bisschen mehr Attic-Speed, ändert jetzt nicht wirklich viel am Spielgeschehen, wenn dir jetzt zum Beispiel 100 Gold fehlen zu deinem Trinity Force. Der Trinity Force ist zum Beispiel ein riesen Power-Spike bei Fekrim, synergiert perfekt mit seinem Kit, dann sollte man natürlich schon schauen, verkaufe ich meine Pink Ward, verkaufe ich meinen Pot oder kann ich meinen Mitländer fragen für die nächste Mid-Wave? Da würde sich das dann auf jeden Fall lohnen, so lange zu warten. Also auf jeden Fall Spikes sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn man sich nochmal einen Vorteil holen kann, ein ganzes Item holen kann. Natürlich bei anderen Sachen gibt es auch nochmal die Möglichkeit, wenn man nochmal ein Upgrade bekommt durch irgendwas. Ihr habt auch schon über die neuen Items geredet, die natürlich auch nochmal Boni geben. Gibt es Champions, bei denen man sagt, okay, man kauft sich noch kein Mythic Item als erstes, sondern man versucht erst andere wichtige Items zu bekommen oder sollte man vielleicht als Faustregel immer nehmen, mit einem Mythic Item anzufangen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist sehr Champ-spezifik, glaube ich. Die kann man tatsächlich nicht allgemein beantworten. Da muss man immer gucken, Champion zu Champion. Was ich zum Beispiel gesehen habe, was man gerne macht, ist, okay, Leandris und Demonic Embrace sind relativ ähnliche Items. Leandris kostet dann natürlich mehr, macht dich nicht so tanky. Demonic Embrace gibt dir da deutlich mehr Combat Stats. Wenn du im Fight bist, du kriegst mehr Armor, mehr MR. Da muss man dann immer gucken, hey, was brauche ich dieses Game? Brauche ich mehr Damage oder brauche ich mehr Leben in meinem Game? Ist immer ein bisschen schwer, pauschal zu beantworten. Soll ich jetzt das Mythic Item bauen oder doch lieber ein Legendary Item? Da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie sich das hier in der neuen Season ja jetzt entwickelt. Es werden ja von Riot noch sehr viele Items gechanged. Es kommen noch sehr viele Patches. Deswegen ist es gerade in der aktuellen Situation noch ein bisschen schwer zu beantworten. Ich kann dazu aber sagen, es gibt so ein paar Champions, die sehr stark davon profitieren, wie zum Beispiel Sustained Damage ADCs, wie zum Beispiel Kaiser, da einfach für Krakenslayer zu gehen. Die Mythic Items, die haben schon einen sehr großen Trade-Off. Also dafür zu gehen, macht am meisten Sinn bis jetzt. Ja, ADCs sind auch ein gutes Stichwort. Wir haben schon drüber geredet, es gibt sehr starke, Jhin, der da alleine praktisch an der Spitze steht. Früher haben wir gesehen, es gab sehr spezifische Items, je nachdem, wie ein Spiel verlief oder je nachdem, was für Gegner man hatte. Ist das auch immer noch so, dass man sich da teilweise während des Spiels anpassen kann, anpassen muss oder hat man inzwischen Core-Bilds, die man einfach jedes Mal spielt, weil sie so gut sind? Klar, bestes Beispiel wäre auf Irea Wits End. Wits End musst du immer gehen, wenn man sieht, okay, wir haben einen AP im Jungle, wir haben einen AP auf der Mitte und dann nochmal irgendwo ein AP entweder auf dem Support oder auf Top. Wenn man da viel rausnehmen kann, ist das Item alleine deswegen schon kosteneffizient. Man muss auch gucken, okay, gegen was spiele ich? Spiele ich gegen viele Tanks? Nehmen Bruiser gerne Divine Thunderer? Spiele ich aber gegen relativ squishyere Enemies, wo ich schnell meine Stacks auf Trinity Force bekomme, dann geht man da natürlich lieber Trinity Force. Das Gleiche natürlich auch bei Tank-Junglern oder generell Tank-Top-Lanern. Brauche ich dieses Game mehr Magieresistenz? Brauche ich dieses Game mehr Rüstung oder brauche ich mehr Leben oder Crit-Resistenz? Muss man dann immer pauschal schauen. Von Game zu Game immer unterschiedlich. Imkomb-abhängig. Alleine fängt schon bei den Boots an. Haben die Gegner 4 CC, lohnt sich eher Merk-Treats. Eher weniger, mehr AD-Damage, eher Ninja-Tabis. Ja, wir haben natürlich auch gerade gemerkt, es ist sehr abhängig von den Champions, die die Gegner haben. Wie sieht es generell bei AD-Carrys aus? Früher hat man ja beim Last Whisper mehrere Möglichkeiten gehabt. Gibt es da ein ähnliches Item, wo ihr sagen würdet, okay, es gibt zwei Variationen oder man kann sich da anpassen und entscheiden, gerade auch als AD-Carry? Ja, sehr gute Frage. Also Lord Dominix ist vor allem so eine Sache. Wir haben oft Champions, die sehr starke Live-Region wiederhaben und da steht ja auf einmal so ein Tank im Gesicht mit 3K HP. Und was sollst du da machen als ADC? Deswegen Executioners lohnt sich immer massiv und dann die beste Upgrade-Formel dafür wäre dann Lord Dominix. Ja, dazu hätte ich noch was hinzuzufügen und zwar viele kennen ja Oblivion Orb. Wie heißt denn nochmal? Oblivion ausgebaut, der Name? Morellos. Morellonomicon, genau. Also man hatte ja immer das Meme mit Morellos, vor allem auch bei LS. Es ist halt nicht das effizienteste Item, haben früher viele Mages gebaut, um nochmal die Healing Reduction zu bekommen. Da war aber meistens dann Voidstaff zum Beispiel besser, was man da eben machen kann. Für 800 Gold kann man sich einfach nur das Executioner Sculling holen auf zum Beispiel einen AD-Carry oder einen Lucian-Mitlane oder so. Da ist es deutlich effizienter. Wir haben tatsächlich auch andere Optionen jetzt itemmäßig. Ich glaube, den Oblivion Orb kann man inzwischen auch anderweitig ausbauen. So ein Gem-Tank-Item oder so war das glaube ich sogar, was man jetzt zur Option hat. Da gibt es ja generell sehr, sehr viele neue Items, neue Sachen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, dieses Item ist vielleicht so stark gewesen, dass man das ganz genau im Auge behalten sollte? Ich glaube, Sunfire-K ist ein gutes Beispiel. Eclipse war ganz zu Anfang auch viel zu stark. Darum waren Assassin-Picks auch absolut feier und war nicht unbedingt so schön, als ADC dagegen zu spielen. Deswegen hat man da auch dann später geguckt, mit Sunfire, warum brauchen wir noch ADCs? Wir spielen einfach einen zweiten Tank unten. Ich denke auch, dass das Item Brawler's Claw denke ich noch angepasst wird. Also Eclipse hat jetzt viele Changes bekommen. Der Grund, warum da Eclipse so genervt wurde, es hat halt einfach alles gehabt. Du hast die Face Rush Passive gehabt, wo du schneller wirst. Du hast sehr viel Lethality gehabt. Du hast auch ein Schild bekommen. Und das Krasse auch noch war die Passive, dass du prozentuale Armor Penetration bekommen hast. Das heißt, du warst nicht immer gezwungen, als zweites Lethality Item um dir einen Last Whisper zu holen. Genau. Genau deswegen, um das mal noch mal abschließend zu sagen, auf den Mythic Items haben wir ja jeweils immer noch mal eine Passive. Desto mehr Legendaries man hat, verstärkt sich das Ganze nochmal. Deswegen ist es so ein guter Trade-off, da direkt ein Mythic Item zu rushen. Gerade was Ability, Haste und so angeht. Die Cooler Reduction bezieht man gefühlt mehr dadurch, als durch alles andere inzwischen. Riot hat ja eigentlich versucht, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen durch die neuen Items. Vor allem auch, die Items so zu gestalten, dass sie einen aktiveren Impact haben, gerade mit diesen passiven Fähigkeiten. Glaubt ihr, das ist gut gelungen? Und vor allem, glaubt ihr, da wird sich jetzt noch viel tun, bevor wir in die richtige Season reingehen? Also was ich erstmal super finde, ist, das Game fühlt sich super fresh an und du kannst jetzt ganz individuelle Builds finden für dich. Wenn du für dich etwas herausfindest, dann ist es immer so, das ist genau das, was ich gerade herausgefunden habe. Kein anderer weiß das und das werde ich jetzt für eine Weile abusen und ich glaube, das macht das auch so spannend. Da kann ich Chris auch nur zustimmen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich kann mich noch erinnern, zum Ende der Season war das Game relativ in Anführungsstrichen stagniert. Also ich wusste schon alles, was passiert war. Man hat es durchgespielt. Genau, jetzt ist das Game ziemlich refreshing. Es ist einfach wieder neu zu deiner Frage. Ich finde, Riot hat dann einen guten Job gemacht mit den neuen Items, wenn man guckt, okay, wann möchte ich Dustblade? Wenn man sich die Frage stellt, nehme ich jetzt lieber Dustblade als zum Beispiel einen Kha'Zix, als einen Assassin oder nehme ich mir lieber Brawler's Claw oder Eclipse, gibt es da eigentlich relativ klare Strukturen. Du gehst eben Eclipse, wenn du in relativ längeren Fights bist, wo du ein bisschen Armor shredden möchtest, wo du Movement Speed brauchst, wo du Armor brauchst. Brawler's Claw ist zum Beispiel ziemlich nice, wenn du dir schwer tust, an den Gegner ranzukommen. Rek'Sai profitiert auch schon davon. Zum Beispiel Rek'Sai ist insane mit diesem neuen Item. Du kommst da ran, du brauchst nicht mehr zwingend ständig deinen Flash und der Passive bekommst du Melee Thalty auf deinen Legendary Items. Wenn wir zum Beispiel bei Dustblade schauen, was gibt dir das? Das gibt dir zum Beispiel Ability Haste, also das neue Cooldown Reduction sozusagen. Da muss man dann immer gucken, hey, habe ich einen Champion, der viel CDR braucht. Da würde sich zum Beispiel dann auch Kha'Zix darüber freuen, damit er seine Q-Spam kann. Ja, oder man spielt einfach Mayfight mit Duskblade, weil dann kann man unsichtbar werden, wenn man Leute rumschautet. Hab ich auch alles schon gesehen, aber das Wichtigste ist, glaube ich auch, es gibt sehr viel Abwechslung, es ist auf jeden Fall ein bisschen frischer, ein bisschen neuer und das fühlt sich immer sehr, sehr gut an. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Riot noch machen wird. Glücklicherweise haben sie Sunfire schon genervt und ich denke, da werden auch noch ein paar Sachen passieren. Hier passieren auch gleich noch ein paar Sachen und zwar werden wir gleich das erste Match gegen das Team von No Way haben. Vorher machen wir nochmal ein kleines Päuschen, damit ihr beide auch zu euren Spielern kommt und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.